In diesem Video werde ich euch das Math-Objekt in JavaScript zeigen. Math ist Englisch für Mathe und das Math-Objekt in JavaScript besitzt alle grundlegenden Funktionen und Werte, die man für fortgeschrittene Rechnungen braucht. Öffnet wieder eure Konsole. Wenn ihr ein großes M eintippt, die Groß-Kleinschreibung ist übrigens generell wichtig in JavaScript und in den meisten Programmiersprachen, dann klappt sich hier diese Liste aus mit allen Objekten, die hier im globalen Raum zur Verfügung stehen und ganz oben steht bereits Math. Math ist ein Objekt und das heißt, wenn ihr jetzt einen Punkt drückt, dann bekommt ihr die Properties, die dieses Objekt bereithält. Zum Beispiel ist hier die Zahl Pi und hier unter Min ist eine Funktion, die den kleinsten Wert der übergebenen Werte zurückgibt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie 5, 3, 9, 2 und 4 übergebe, dann kommt 2 zurück, weil das von den übergebenen Zahlen die kleinste ist. Das Gegenstück dazu ist Max, was die höchste Zahl zurückgibt, was in diesem Fall 9 ist. Es gibt auch die Funktion Abs, was für Absolut steht, also Absolut, und diese Funktion gibt immer die positive Zahl zurück, also wenn ich zum Beispiel 5 eingebe, bekomme ich 5 zurück, aber wenn ich Minus 5 eingebe, bekomme ich auch 5 zurück. Minus 5 ist die negative Zahl und ich bekomme immer die positive Zahl zurück, also die ohne Minus davor. Ich kann auch die Wurzel ziehen mit Squirt, was für Square Root steht, also Quadratwurzel, und wenn ich hier 25 eingebe, bekomme ich 5 zurück. Oder wenn ich zum Beispiel 9 eingebe, bekomme ich 3 zurück. Math hat auch die Funktion random. Random ist Englisch für Zufall. Und wie ihr seht, hier habe ich jetzt die Zahl 0,0494 irgendwas zurückbekommen, und wenn ich die nochmal ausführe, genau dieselbe Funktion, bekomme ich jetzt 0,242 und so weiter. Das heißt, diese Funktion gibt eine Zufallszahl zurück. Und die ist immer zwischen 0 und 1. Ich erstelle mal eine Variable, die ich random nenne oder halt abgekürzt rund, und der weise ich eine Zufallszahl zu. Und wenn ich jetzt random mal gleich 10 mache, dann liegt die Zahl schon nicht mehr zwischen 0 und 1, sondern zwischen 0 und 10. Mit math round kann ich die Zahl auch runden, bzw. da wäre jetzt das mal 10 eigentlich überflüssig. Aber ich hatte euch auch mal die Funktion parseInt gezeigt, und die gibt eine Ganzzahl zurück, das heißt, die kappt einfach alles ab, was hinter dem Komma steht, und gibt nur das zurück, was vor dem Komma steht. Und wenn ich das dort eingebe, dann bekomme ich in diesem Fall dasselbe raus, weil round das abgerundet hat. Wäre hier jetzt 6,5 oder 6,6 oder irgendwas über Komma 5, dann wäre bei der Rundungsfunktion 7 herausgekommen, also es wäre aufgerundet worden. Aber parseInt wäre bei 6 geblieben, weil parseInt nicht rundet, sondern einfach nur das hinter dem Komma abschneidet. Und diese Random-Funktion ist super, weil man damit total viel rumspielen kann. Ich mache mal hier abc, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, b, q, r, s, d, u, v, w, x, y, z, so, das abc. Und jetzt mache ich nämlich folgendes, jetzt schreibe ich abc, eckige Klammer auf, parseInt, math.random mal abc.length, eckige Klammer zu. Und was wir jetzt gemacht haben ist, wir haben aus einer Zufallszahl einen Zufallsbuchstaben gemacht. Das heißt, wenn ich das jetzt hier ausführe, ich bekomme immer wieder einen anderen Buchstaben zurück. Und das können wir natürlich auch mit Arrays machen. Ich schreibe mal hier ein paar Worte. Sonnen, Regen, Schirm, Eis, Schnee, Winter, Bild, was auch immer. Ihr könnt irgendwelche Worte schreiben. Und das ist jetzt ein Array. Und mit diesem Array kann ich genau dasselbe machen, also Worte, eckige Klammer auf, dann parseInt, math.random mal Worte.length, eckige Klammer zu und ich bekomme ein Zufallswort. Und jetzt kann ich folgendes machen, ich kann das Ganze kopieren und dann bekomme ich ein wirkliches Zufallswort, ein zusammengesetztes Wort. Schnee, Winter, Winterbild, klingt direkt poetisch. Schneebild, Bildsonnen, okay. Winterschnee, Regenwinter, Sonnensonnen, okay, was auch immer. Ihr bekommt die Idee, man kann hiermit super rumspielen und ich empfehle euch sehr, das zu machen. Spielt damit rum, probiert es aus, sammelt Erfahrungen damit. Aber dieses Math-Objekt stelle ich euch nicht nur wegen der Random-Funktion vor, man kann nämlich an dem Math-Objekt auch etwas anderes sehr schön sehen. Und zwar sind diese ganzen Funktionen und diese Werte, wie zum Beispiel Pi, nicht einfach so verstreut im globalen Geltungsbereich, sondern sie sind gebündelt in diesem Math-Objekt oder an diesem Math-Objekt. Und das ist auch diese Sache, die ich schon im Video zur objektorientierten Programmierung angesprochen hatte, dass in der Objektorientierung das so ist, dass das zusammengefasst wird, was zusammengehört. In diesem Fall haben diese ganzen Funktionen hier irgendwas mit mathematischen Operationen zu tun und deswegen werden die hier an dieses Math-Objekt gekoppelt und sind dadurch nicht einfach so im Raum verstreut. Was hier auch dadurch passiert ist, ist, dass dieses Math-Objekt einen sogenannten Namespace bildet, auf deutsch einen Namensraum. Man kann sich das so vorstellen, dass der globale Geltungsbereich so eine Art globaler Raum ist und wenn man wie hier solche Funktionen und Werte zusammenfasst, zusammenbündelt in einem Objekt, dann macht man einen neuen, eigenen Raum dafür auf, um nämlich diesen globalen Raum bisschen sortierter und ordentlicher und freier zu halten. Das begegnet euch auch, wenn ihr irgendwelche externen Bibliotheken einbindet. Zum Beispiel macht Google das auch, wenn man eine Bibliothek von Google einbindet. Bibliothek übrigens im Bereich von der Informatik sind nicht irgendwelche Bücher oder so, sondern das sind Funktionen und Werte, mit denen man arbeiten kann. Zum Beispiel, wenn ihr eure ganz eigene Google Maps-Karte machen wollt, dann hat Google so eine Bibliothek, die es euch möglich, auf die Kartendaten von Google zuzugreifen und die Funktionen von Google Maps zu nutzen, aber die Karte und die Funktionen so anzupassen, wie ihr sie braucht. Und all diese Google-Bibliotheken sind nämlich auch im Google-Namespace, im Google-Namensraum. Die beginnen alle mit Google Punkt und dann gibt es sogar Unternamensräume, das heißt Google Punkt, in dem Fall Maps Punkt und dann irgendwie Directions oder sowas, um eine Route zu berechnen oder was auch immer. Außerdem sieht man an diesem Math-Objekt, dass die Werte, die hier drin stehen, also zum Beispiel Pi und die Eulerische Zahl e und der Logarithmus von 10, was auch immer, alle großgeschrieben sind. Diese Werte sind nämlich sogenannte Konstanten, das heißt, das sind Werte, die konstant bleiben und sich nicht verändern. Und Konstanten werden in der Programmierung per Konvention immer großgeschrieben. Das heißt, man könnte sie auch klein schreiben, wenn man wollte, also man könnte ein kleines P und ein kleines I bei Pi schreiben, aber man hat sich darauf geeinigt, Konstanten immer komplett groß zu schreiben. Das heißt, dass es nicht aus einer technischen Notwendigkeit passiert, sondern weil sich das entweder in der Programmier-Community so eingebürgert hat oder weil ihr das in eurem Software-Entwicklungsteam so festgelegt habt oder sonst was. Programmierkonventionen oder Konventionen im Allgemeinen beim Programmieren begegnen euch ziemlich häufig, deswegen wollte ich euch dieses Wort hier mal vorgestellt haben. Im nächsten Video machen wir unsere eigenen Objekte und zwar nicht einfach Arrays, Arrays sind ja wie gesagt auch Objekte, sondern wir machen uns unsere ganz eigenen Objekte. Um das nächste Video zu sehen, klickt jetzt hier in das große Feld in die Mitte oder falls ihr dieses Video in einer Playlist seht, zum Beispiel bei css3hatemr5.de, bleibt einfach dran!